Liebe Freunde, willkommen zum Frühstück im BRD-Gulag am 9. November. Remember, remember, the 5th of November. Oh, der ist schon vorbei. Da wollte Guy Fawkes damals das britische Parlament katholisch bomben, nicht wahr? Also, vielleicht hätten wir da noch mehr Schlamassel. Na gut, hier haben wir die Dickmilch, ein paar Bärchen, Johannesbären, die argentinische Goldkiwi, die Valensina-Saft-Orange filetiert, die Super-Duper-Mango-Blaubeeren, ein bisschen Weintrauben. Weintrauben esse ich ganz gerne für die Weintrauben. Da hinten von Bauer, der gute Weinkäse. Die Tomate war gestern so schwarz, das ist eine sogenannte Adaris-Tomate. Schmeckt etwas anders, nicht wahr? Den Lachs, der muss noch ein bisschen auftauen. Das ist ein Gast heute im Gulag, ich kriege die immer geschenkt, die Honigtomate. Also, die hat, ich glaube, 40 Euro, ein Kilo. Das, was ihr hier seht, dafür verlangen die einen Euro im Geschäft. Die gibt es nicht im Lager für unverkäufliche Waren. Und so ist es mit den absoluten Spitzenprodukten. Der Mini-Büffel-Mozzarella oder der sehr gute Büffel-Mozzarella, sagen wir es mal so, oder Honigtomaten. Also, die absoluten Spitzenprodukte, die sind komischerweise immer weg in München. Ist wirklich so, ne? Ja, was soll ich euch heute erzählen? Ach so, ja, hier dann natürlich die Säftchen, dann natürlich der Kaffee und die Limonade gestern. Was war das? Das war diese widerliche, also ich bin froh, wenn sie weg ist. Dann habe ich wieder eine Pfandflasche, ne? Dann kann ich gehen und das einzige einkaufen, was ich einkaufe, nämlich Toast. Und ich mache das so wie Dagobert Duck. Ich hasse es, wenn ich Geld ausgebe. Das heißt, ich nehme dann so meine Pfandflaschen und dann kaufe ich mir meinen Toast. Zucker kaufe ich nicht. Ich habe noch strategische Reserven. Wenn der Krieg ausbricht, die Tauschwirtschaft mit Tampons und Zigaretten und Schnaps beginnt, habe ich Zucker im Rennen. Ach, was soll ich euch heute erzählen? Interessantes. Ja, gestern, ne? Mit Bitcoin, das große Getue mit diesen Börsen. Binance, der Chef von Binance, dieser Chinese CZ, oder wie der heißt, CZ. Ich traue dem nicht. Ich glaube, das ist so ein Rothschild-Petsi. Und ich möchte mal, was dann alle Bitcoin-Leute rausballern, also die nicht schon seit 2012, 13, 14 dabei sind, sondern erst ein bisschen später gekommen sind. Also wie unsere lieben Migranten. Das ist fake. Also dieser MM-Crypto-Heini und dieser Carl und dieser DaVinci-J15 und so weiter, die bewerben natürlich Handelsplattformen. Das ist ihr Job, ne? Die haben am Anfang super geblockt und vor allem DaVinci. Und DaVinci hat übrigens auch Andrew Tate zitiert, den er getroffen hat. Nur diese Typen natürlich auf dem Höhepunkt am Monte Carlo Grand Prix, das Binance-Boot. Ich meine, zu der Zeit kostet es also zwischen 200.000 und 400.000 Euro pro Tag, seine Yacht in Monaco abzustellen. Und das ist natürlich eine Riesenwerbung. Und die bescheißen euch ja nicht. Aber mein kleiner Tipp, dieser ganze Handel, die Börsen, wenn ihr eure Kryptos oder euer gutes Bades auf irgendwelche Handelsplattformen tut, vergesst nicht. Es gibt natürlich auch immer Mist-Trades. Und das ist ja das, was alle versuchen. Alle versuchen an Bitcoin ranzukommen. Die ganzen Altcoins, die erholen sich niemals. Die verschwinden einfach nur und es kommen dann immer neue. Viele Altcoins wurden auch von Binance geschaffen. Wie schon gesagt, ich halte CC für ein Petsy, also CZ. So ein bisschen schlapsig ausgedrückt. Und ich habe auch beobachtet, dass Rothschild-Banken und andere Mainstream-Banken, nicht nur, dass sie natürlich Ripplecoin gemacht haben, die haben versucht, die Firmen aufzukaufen, aus denen die Typen kamen, die aus dem Developer-Team des Bitcoin-Core-Teams kamen, also die die Core-App gemacht haben. Nur du hast halt die Macht eben, das ist raffiniert gemacht, Peer-to-Peer nicht, wenn du nur die Core-App machst, sondern du brauchst noch einen Konsensus von den Minern. Und das Proof of Work scheint sich ja wirklich bewährt zu haben. Das heißt, der Bitcoin ist tatsächlich unfassbar sicher und er wird mit jedem Tag immer sicherer und sicherer. Kalkuliert doch einfach die Herstellungskosten. Nehmt den teuersten Miner, dann guckt auf die Difficulty, schaut auf den Strom pro Kilowattstunde oder Hashrate pro Kilowattstunde. Rechnet doch einfach mal ein bisschen selber. Dann seht ihr doch, dass der Herstellungskostenpreis ungefähr bei 8.000 US-Dollar stagniert. Wahrscheinlich mittlerweile 10 oder 11. Das ist im Grunde ein fairer Preis. Und diese ganzen, man versucht den Bitcoin platt zu machen, weil man es technisch nicht kann, den Bitcoin platt zu machen, macht man einfach unglaublich viele attraktive Geschäfte drumherum und Tokens und Börsen und Plätze und so. Und dann macht man die halt systematisch platt. Aber die Leute, die cool waren, die also seit Jahren ihre Wallet nicht bewegen, so wie ich, und einfach denen das scheißegal ist, die sowieso wissen, wohin die Reise geht und dass es wirklich nur um Bitcoin geht. Jetzt fängt man an, Bitcoin-Maximalisten schlecht zu machen. Aber vom technischen Standpunkt, was ist ein Ethereum? Ethereum ist ein Scam. Ethereum Classic war ein Scam. An Ethereum hängt so viel andere Scheiße dran, die können alle abgeknipst werden. Denn Ethereum ist ein zentralisiertes Projekt, ein kommerzielles. Ja, die ganzen Forks von dem Bitcoin, das war noch mit das Reellste und Wahrste. Allerdings nach dem Fork dann natürlich ganz andere Mining-Bedingungen und so. Ja, also ganz im Ernst, schaut euch das an. MM-Crypto, MM, nee, nicht MM-News. Schaut euch den nicht an, der pathetische alte Mann. Ah, der ist auch vom System. Und Karl Runefeld. Oder schaut euch an, wer vor Michael Saylor noch gesagt hat, irgendeine Tucke. Das sind immer alles Tucken in Dubai. Max ist eine Tucke, Karl ist eine Tucke. Da Vinci, der ist keine Tucke. Ja, Da Vinci J15 ist noch mit der coolste. Aber den versuchen sie natürlich auch auf Tuckenkurs zu bekommen und so. Wisst ihr noch, dass der eine Typ da war und meinte, oh, ich habe jetzt für 30.000 gekauft und oh, es kann nur noch nach oben gehen und so. Dieses große Gemetzel um die 20.000 herum, das findet so lange statt, solange es noch Dumme gibt, die glauben, dass bei 20.000 einzusteigen gute Idee wäre. Ich habe noch nie in meinem Leben Bitcoin gekauft. Ich habe immer nur selber gemeint und so. Wenn ich kaufe, dann immer nur zu den Grenzkosten der Herstellung des Stroms. Ja, also so viel nur nebenbei und ja, das war schon ein super Tipp. Binance, Heinis, Rothschild und die ganzen Börsen versuchen euch abzuzocken und wenn ihr dort seid und eure fetten Einzahlungen macht und so, dann gibt es Misstrades und eure Einlage ist rucki zucki weg und eh ihr mit den Ohren schlackern könnt, ist alles weg. Der Markt ist innerhalb eines bestimmten Volumens sehr, sehr kurzfristig manipulierbar. Und das versuchen sie, sie versuchen alle Finanzmittel, die wir haben und Reserven, uns rauszulocken, uns dazu zu bringen, dass wir es bewegen. In dem Moment, in dem wir es bewegen oder uns bewegen, sind wir sichtbar. Das ist so wie beim Tarnen im Wald. Und uns platt zu machen, ich gehe davon aus, dass auch der Goldpreis zwischendurch ganz schön abkacken wird. Einfach nur, um die Leute fertig zu machen, weil das ist alles manipuliert. Ihr müsst einfach ein bisschen Geduld entwickeln, das ist alles. Und versucht vor allem Geld zu sparen. Und wenn ihr in den Supermarkt geht, dann kauft euch nur Toast und den bezahlt ihr mit Pfandflaschen und ihr kriegt dann noch was raus. Versteht ihr? Ihr müsst es so machen wie Dagobert Duk. Ja, oder auf Arabisch heißt Dagobert Duk Dahab. Oder auf Englisch Scrouge Duk. Dahab ist übrigens mein Spitzname in der arabischen Welt. Ja, jetzt habe ich es euch verraten. Und na gut, jetzt viel Freude noch. Und ja, ich rede mal so langsam. Ich sollte vielleicht so schnell reden wie Andrew Tate. Das Problem ist bloß, der deutsche Sklave ist so getrimmt. Und vor allem der Schweizer. Da kannst du gar nicht so schnell reden. Verstehst du? Ich muss langsamer reden, damit ihr mich versteht. Also in echt rede ich auch viel, viel schneller. Tatsächlich, ja. Nur halt nicht auf Deutsch. Ja, wie sagte dieser Kaiser Karl, ich spreche Französisch zu meinen Soldaten, Italienisch zu den Frauen, Spanisch zu Gott und Deutsch zu meinem Pferd. Und damit wollen wir es belassen, liebe Freunde im BRD Gulag. Macht's gut.